Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 13. Juni. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin nicht der Achim, ich bin der Jan aus Wien. Der Achim ist leider krank. Der hat es verkühlt oder hat Grippe quasi und hat überhaupt keine Stimme. Dementsprechend hat er mich gebeten, für ihn diese Folge zu übernehmen und um es gleich konkret zu machen. Nicht nur diese Folge, ich werde auch die restliche Woche machen, da es keinerlei Aussicht darauf gibt, dass sich seine Stimme verbessert. Dementsprechend, ich übernehme diese Woche, um euch das kurz zu erklären, er übernimmt dann quasi die nächste Woche, das wäre dann meine gewesen und insofern haben wir getauscht. Zu den tatsächlich wichtigen News diese Woche, zu den Technik-Themen. Ich habe 10 News für euch vorbereitet. Es geht zum einen über Malware, dann über WordPress, um selbstfahrende Autos, um das Honor 9, um das Motorola E4, um Gboard, um Instagram, um Amazon Prime Video, um iPhone 8 und um das Xbox Design Lab. Wir starten bei Malware und da sieht es so aus, als würde es ein quasi zweites Stuxnet geben, heißt ein großer, hochentwickelter Trojaner, der offensichtlich daran schuld ist, dass die Ukraine Probleme mit der Stromversorgung hatte. Der Einsatz dieses neuen Trojaners scheint sehr wahrscheinlich Nord eines neuen Sicherheitsforschers. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Angriffe auf Infrastruktur ist ja fast wie in einem schlechten Hollywood-Film. Wäre natürlich sehr traurig, wenn da tatsächlich was unterwegs ist, aber wir werden schauen, ob sich das tatsächlich bewahrheitet. Wir kommen zu WordPress und die haben jetzt ein Büro in San Francisco geschlossen. Ein sehr schönes, neues, großes Büro mit 1400 Quadratmetern. Dort sind mehrere hundert Angestellte eigentlich untergebracht. Aber der WordPress-Betreiber hat das Büro jetzt geschlossen. Warum? Von den 400, 550 Mitarbeitern waren teilweise nur fünf Mitarbeiter vor Ort. Grund dafür eigentlich relativ einfach. WordPress stellt seinen Mitarbeitern eigentlich frei, ob sie vor Ort arbeiten wollen oder nicht. Die meisten dürfen sich offensichtlich dagegen entschieden haben. Dementsprechend hat man sich dazu entschlossen, das Büro zu schließen, da sich natürlich für fünf Mitarbeiter es nicht auszahlt, ein 550-Mitarbeiter-Büro aufrecht zu erhalten. Wir kommen zu selbstfahrenden Autos und dort hat Angela, Internet ist Neuland, Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, ein sehr überraschendes Statement abgegeben. In vorargentinischen Studenten meinte sie, dass sie davon ausgehe, dass wir in 20 Jahren nur mehr mit Sondererlaubnis selbstständig fahren dürfen und quasi selbstfahrende Autos ihrer Meinung nach den Verkehr komplett übernommen haben. Der Mensch sei das größte Risiko beim Fahren, so die Bundeskanzlerin. Daher sei die Zukunft sicherer, wenn man quasi Autos selbstfahrend ausstatten würde. Dem kann ich mich grundsätzlich anschließen, bin sehr überrascht, dass sie sich so aufgeschlossen gibt, gerade als Bundeskanzlerin eines sehr autoliebenden Landes oder eines Landes mit sehr viel Autoherstellern. Wobei natürlich auch die entsprechend umrüsten können und das ja offensichtlich auch schon tun. Dementsprechend ja dem deutschen Liebsten gut, dem Auto ja damit auch keine Bedrohung droht. Wir kommen zum Honor 9 und da wurde ja schon lange gerüchtet, dass es quasi angekündigt wird. Dem ist es auch so. Ein 5,15 Zoll großes Smartphone mit Full-HD-Display, einem Octa-Cock hier in 960, intern gibt es 64 bzw. 128 GB Speicher und 4 bis 6 GB RAM. Hinten eine Dual-Kamera, 12 Megapixel-Sensor, LTE, USB-C, ja alles was man sich so erwarten konnte. Im Endeffekt sieht es ziemlich dem P10 aus, das kommt ja eigentlich aus dem gleichen Konzern. Preislich wissen wir aktuell nur die Jurenpreise. Wenn man die umrechnet, kommen wir bei rund 300 und rund 400 Euro raus quasi. Die Ankündigung in Europa soll dann Ende Juni erfolgen. Das heißt, wir müssen uns ungefähr zwei Wochen gedulden. Dann kommt das Gerät aber ziemlich sicher auch nach Europa. Ein Gerät, das auf jeden Fall nach Europa kommen wird, ist das Motorola E4 und E4 Plus. Da gab es ja auch schon lange Gerüchte, die beiden neuen Billiggeräte wurden jetzt offiziell enthüllt. Leistungstechnisch, naja, ist nicht die allergrößte Kost, dafür ist es preislich halt wieder mal sehr günstig. Das kleinere der beiden Modelle soll 160 Euro kosten, das größere 200 Euro. Ansonsten, ja, 5 Zoll, 5,5 Zoll Geräte, 2 GB und 3 GB RAM. Ansonsten gleichen Sie sich an und für sich sehr. Der 1,3 GHz Quad-Core-Rechner kommt zum Einsatz. Hinten eine 13 Megapixel-Kamera, vorne eine 5 Megapixel-Kamera, 4G LTE, alles an Bord. Wir kommen zu Google Gboard und dort gibt es ein neues Update, das ich persönlich recht spannend empfinde. Man kann jetzt die Tastatur quasi, also in der Tastatur auch direkt Dinge hinein zeichnen. Und die werden auch erkannt, heißt zum Beispiel, ich kann ein Smiley zeichnen und dieses Smiley wird mir dann auch entsprechend vorgeschlagen, kann natürlich meinen Scribble auch so senden, wenn ich das denn möchte. Wir kommen zu Instagram und dort gibt es jetzt die Bestätigung, dass es die sogenannten Shadow Bands nicht gibt. Was ist ein Shadow Band? Wenn man quasi die nicht dokumentierten, nicht erlaubten Entwicklerschnittstellen nutzt, also quasi nicht direkt vom Handy Fotos postet, sondern vielleicht von seinem Rechner aus oder aber über Lightroom, dann wurde man angeblich bestraft, heißt, die Fotos wurden nicht angezeigt bei anderen Leuten. Problem nur, man kann da selber ja nicht drauf kommen, das Foto ist ja offiziell publiziert, nur es erscheint halt nicht im Stream der anderen. Mittlerweile gibt es dazu eine Aussage von Instagram selbst, diese Shadow Bands gibt es nicht, das ist alles nur ein Vorwurf, der nicht bestätigt werden konnte. Wir kommen zu Amazon Prime und dort geht jetzt die neue Staffel Pastewka in die Produktion. Pastewka ist ja quasi direkt zu Amazon Prime, also original gewechselt und die neue Staffel beginnt jetzt in der Produktion eben. Wir kommen zum iPhone 8 bzw. dem fallenden Börsenkurs von Apple. Der Apple-Börsenkurs hat in den letzten Tagen ja ein bisschen nachgelassen. Grund ist nicht die WWDC und Grund ist nicht, dass es da irgendwie schlechte Ankündigungen gab. Ganz im Gegenteil, Apple befindet sich ja momentan im Rechtsstreit mit Qualcomm und wird angeblich nicht den 4G-Chip, der für Gigabit-Downloads sorgen soll, von Qualcomm erhalten. Dementsprechend haben Analysten das Ganze ein bisschen abgemahnt und sind wieder mal ein bisschen ängstlich. Und die Apple-Aktie hat ein bisschen nachgegeben, da man das als Verkaufsdämpfer für das iPhone 8 sieht. Wie dramatisch das wirklich ist, ist natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Wir werden bis 2020 wahrscheinlich keine großartige 5G-Abdeckung erwarten können und dementsprechend schwieriges Thema das Ganze. Aber unterm Strich, ja, wahrscheinlich wird es keine 5G-Chips von Qualcomm geben. Dementsprechend der Börsenkurs mal leicht eingesackt, wobei sich Apple nach wie vor keine finanziellen Sorgen oder keine Sorgen an der Börse machen muss. Zuletzt noch eine kurze Game-News und auch wenn das die drei Woche ist, werde ich versuchen, die diese Woche sehr kurz zu halten. Ja, ganz spannendes Thema für Deutschland oder generell den deutschsprachigen Raum. Das Xbox Design Lab, das gibt es schon ein bisschen länger. Da kann ich mir quasi einen Controller selbst fertigen lassen. So, Preispunkt irgendwie um die 70, 80 Euro. Das gibt es jetzt auch endlich eben bei uns. Heißt, interessiert in den Show Notes, findet ihr den Link. Könnt euch durchklicken, können sich jetzt ihre eigenen Xbox One-Controller designen lassen, wie sie ihnen denn gefallen. Farblich gibt es da extrem viel Auswahl, sogar das Material quasi kann man tauschen. Ich kann jetzt entscheiden, mag ich ein Metall in das Steuerkreuz haben oder ein Plastik-Steuerkreuz. Eben frei nach eurem Geschmack. Irgendwelche Sticker anbringen kann man keine, aber immerhin kann man sich zumindest eine Gravur verpassen lassen, wenn man das denn möchte. Preis finde ich eigentlich sehr in Ordnung. Die Auswahl ist auch sehr interessant. Wer denn das möchte, kann sich da gerne mal durchklicken, wie gesagt. Ganz wichtiger Punkt, das sind die Kontrolle, die über Bluetooth verfügen. Das heißt, ihr könntet ihr auch an einem PC, Mac oder was auch immer verwenden. Macht das Ganze vielleicht noch ein bisschen interessanter. Stichwort interessant, ich hoffe, die Folge war für euch interessant. Wie gesagt, ich bin dann jetzt doch überraschend die Woche für euch da, damit sich der Achim auskurieren kann. An dieser Stelle auch von mir alles Gute und gute Besserung. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.